Wahrlich, das Gehör, der Blick und das Herz, der Herzwunsch, was man sich wünscht an Haram, all das, darüber wird Allah dich fragen. Das wissen wir. Wir wissen, dass Allah den verräterischen Blick verboten hat. Der verräterische Blick ist, dass man so tut, als ob man nicht hinschaut. Da kommt eine nicht bekleidete oder wenig bekleidete Frau und man tut das, dass man wegguckt. Aber in Wirklichkeit schiebt man. Man ist unter Brüdern und tut auf Taqwa und guckt nach unten und die Brüder gucken alle nach unten und er guckt nach oben. Allah sieht das. Die Brüder haben es nicht gesehen. Du hast ihnen von Taqwa erzählt und vorgespielt und geheuchelt. Verräterisch. Das wissen wir, dass es Haram ist. Offenkundig oder geheim Haram zu tun und zu blicken. Doch was machen wir daraus? Untertitelung des ZDF für funk, 2017